So, dann machen wir jetzt mal die Hauptquest weiter, hier in Yuna. So, dann machen wir jetzt mal die Hände. 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 Oh yeah! MP steigert er durch, steigt er durch. Bist du? Bist du? Ja, du hast ein Kopie. Bist du? 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 Ah... Boah, wer stolz! Bist du? Ja. Es ist wie wenn er ein Angriff ist. Es ist möglich, dass er ein Angriff ausgesucht hat. Wo ist er? Es gibt irgendwelche Leidungen? Kameras in der 6. Level of Upper Junon haben eine positive I.D. auf Hollander. Wir sind auf der 6. Level of Lower Junon, also sollte er irgendwo nach vorne sein. Für die Upper Junon gehen durch die Central Passageway Gate und gehen direkt. Press die Switch um die Gate. All right. You look after the wounded. Sure. As for Hollander, leave him to me. Activating Combatbar. All right. 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 ja genau so können wir uns die dinge herstellen die ganz großen zauber hollander you won't get away come on man stop pestering me activating combat mode ab 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 so many copies Oh fuck, I don't need to feed it Oh, yeah! Hey, stop! A new model? Just do wait, Hollander. Activating combat mode. Yes, Vader! Achso, da holt er sich Leute dazu. Achso, da holt er sich. this area has mostly been cleared will lock the gate and make this a place of refuge making progress huh as for me I still haven't secured hollandur gotta move yes understood Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wir sind nun auf dem Weg zur Evergreen. Zerstörer ist ja eh die Bewohner Juna zu schaden gekommen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Activate in combat mode. Oh yeah! 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 Ach, Skorpion. Ja. Der Prototyp, das war nämlich der erste Bosskampf aus Final Fantasy 7, war der Wachskorpion und das ist der Prototyp davon anscheinend. Ja. 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 Die Macht des Soldiers. Okay, hier kommt der Big One. Konflikt resolved. Hollander ist das so, nicht wahr? Ich muss jetzt wirklich ernst sein. Das ist weit genug! Wirklich? Du sicher? Hey! Was ist er? Ich sollte es wissen. Die Mission hat es geschafft. Das ist auf deinem Ressort. Huh? Sephiroth? lange nicht mehr sehen. Ich lasse die Türken, die anderen zu machen. Ich war auf dem Weg in Modeuheim, aber ich habe gehört, dass du in der Stadt bist. Glücklich! Die Situation hat nicht geschlossen. Die Genesis-Kopien wurden in den ganzen Welt bezeichnet. Das kann nicht sein. Wir haben die Genesis-Kopien ausgesucht. Die Genesis-Kopien wirklich sterben? Sie wurden auch in Midgar bezeichnet. Ich verstehe. Die Schläume, auch. Verwärts für zurück. Ja. Seid ihr auch. Sie auch. Hey, was passiert in Modeoheim? Das Gerät, die Hollander benutzt hat, wurde verletzt. Genesis? Wahrscheinlich. Wir sehen uns bald wieder. Wir sehen uns bald wieder. Ich werde dich auf das. Wie gesagt! Wunder. Wir sehen uns bald wieder. Ich werde dich verkennen. Ich werde das. Mögen. Es ist mir wahr. Wollen wir das! Wir wissen. Wir denken. Ich glaube. Wir denken. The wind sails over the water's surface, quietly, but surely. Okay, let's go. Hm? Ich dachte, ich fühle mich etwas, aber... Vielleicht nicht. Zack! Ein Geocopy? Vielen Dank. Vielen Dank. Was es ... protecting uns? Ja, wahrscheinlich. Looks like ... it's degrading. Poor thing. Does this mean ... Angeal is out there, too? It was so ... I don't know ... sad. What did you ... come here to do? So ... a flower wagon. Let's make one. Hmm ... yeah, but ... Don't worry. Can you hear me? Stay right where you are. I'll ... I'll take care of things. So ... that flower wagon. Let's do it. Come on, Zack. Come this way. Yeah. Hey, Aerith. When the wagon's done, will you go above the plate? Yeah. But I'm still a little scared. So first, I'll fill the slums with flowers. Oh, come on. When you go above, I'll be with you. Don't be afraid. Zack. Thank you. Right. Now that that's done, let's get this wagon built. I'll go gather the materials. Aerith, you wait here. Yep. That's no matter where I made it. It's a dinosaur here, but ... Who... ... ... Zwurge